der nächste morgen sieht los hier sind völlig überdreht heute der geburtstag gestern die vielen die schenke zuckerschock von der torte dass sie den alt nicht bekommen blubber völlig überdreht heute morgen alle skadi hat wie immer hoher permanent nur man will nicht dass jemand mit seinen geschenken spielt die oda ist einfach mittendrin und die mutter ist völlig fertig das ist der moment der entspannung wo kommen die denn nicht raus stehen schon im treppenhaus die kommen nicht raus muss sie abholen mama erzählt eine geschichte sie macht tee in die flaschen die kinder sind weg übrigens mache ich teebeute rein ich mache zucker rein und will die dann schließen und die teebeute rausnehmen und sehe dass ich gar kein wasser drin hatte hat er lang genug gezogen aller frischen luft das ist jetzt nicht feucht genug bei uns dass es die feuchtigkeit zieht aus der luft ja einfach aus respekt schon voll moin wolfhern heute gibt es weißbrot genau was gibt es bei dir denn was gibt es bei dir denn was gibt es bei dir denn oie 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 die bz die bz die frühstückt ob der sich dann einfach gedacht hat nach scheißbrauchen ja ist bestimmt der gleiche weil ansonsten müsste der preisvorschlag enorm hoch sein der ist weg Potsdam grüßt wie viel ja ja das muss dann der gleiche sein Potsdam grüßt das neue deutschland 1933 von 1933 16 mm ja schön ist schon bezahlt ne nur ich werde den kürzer die bezahlung vornehmen jetzt gehen wir mal runter wenn wir den ghettoblaster testen fragt nämlich den aber die ebay Kleinanzeigen ob der habe ich diesen einen ghettoblaster im universum senator den habe ich eingestellt naja natürlich funktioniert so ein ding nie einmal frei abgeplatzt ist hier auch noch was jetzt muss ich mal noch vorgekommen gravieren ja das ist der ehrlich nicht ja jetzt will ich es ja wissen geht ja nicht um euch hier so von Mitte März bis Mitte Mai natürlich besonders hart für die zahlreichen Freiberufler auch an diesen Bühnen und die Hölfer stehen natürlich auch vor ganz großen Problemen denn sie schieben aber erst mal neue Ideen entwickeln um den Virus zu troxen und wie das gehen kann läuft ach so das ist jetzt Ende Stopp Kassette da ist der Stoff da brauchen wir noch mal die 3 Fahrzeichen nee kurz 3 Fahrzeichen TKKG TKKG der blinde Hülse ja nee 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 ich weiß nicht ja nee okay ein Fallschirm ich wüsste heute ach was denn was denn ein Fallschirm das gibt es doch nicht tatsächlich ein Fallschirm sag ich doch ein Fallschirm Sie in Flieger benutzen nein diese Sorte wird nur von Tiefseetauchern benutzen naja guck mal das funktioniert aber ich hab ja auch keine Ahnung oder sowas Oskar was hast du denn? was ist denn los Oli? du hast den Maulwurf aus seinem Rad holen Maulwurf? das sieht viel mehr aus als hätte jemand seine Betttüche vergraben Oskar hol's raus los doch naja ich würde jetzt ja nicht so viel da drauf heben die Dinger er ist vor ok 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 Läuft, ne? Null, aus, raus, Stecker raus und die Wut. Miesgeschick, ach, wenn das passiert ist. Herr Böhner, ja, alles super. Was hast du? Ja? Okay, naja, gut, dann nimmst du ja wahrscheinlich eh. Dann komm einfach mal rum, schau ich drauf und die Projektoren sind okay oder was? Ja, ja, genau. Ja, naja, klar, bring doch einfach rum, ich ertrinke. Gut. Und 16mm alles. Mann, jetzt wäre ich noch zum 16mm Fuzzi. Alles klar, gut. Bis dann, ciao, ciao. Hat mal vier verkauft quasi. Ja, Mensch, die Filme laufen ja wie geschnitten Brot hier. Ist ja Wahnsinn. In Farbe. Ha! Ja. 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 Da sehen wir uns wieder und machtet die gut, haltet durch. Bis dann, ciao. Und als wäre es erst gestern gewesen, sehen wir uns heute schon wieder. So, wie auch immer, wir starten an den Tag, es ist 6.38 Uhr. Wollte nur sagen, dass der Markus, was hast du gesagt? Können wir hier gucken, hier, 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 YouTube. Ja, und wir starten in den Tag. Auf alle Fälle. Wollte nur sagen, dass der Tag nach dem 1. Mai meistens der 2. Mai ist, so, das musste mal gesagt werden. Boah. Okay. Ja. Schön. Äh, ja. Heute schneide ich ja den nächsten, und zwar den, den ich jetzt hier von der Karte runtergezogen habe. Der hat heute geschnitten und dann heute Abend eventuell hochgeladen. Nebenbei muss ich aber auch noch ein bisschen weiter arbeiten. Das ist ja auch die Sache. Da ist er schon, fertig produziert ist er. Also, 8 Stunden, 27 sind jetzt produziert. Jetzt muss ich ihn halt nur noch schneiden. Witzige Geschichten. Aber wie gesagt, alles wieder ein bisschen mehr familiärer und, äh, äh, ja, so, ne. Also, alles nicht so dramatisch. 6.40 Uhr. Gut. Ich hol das Auto. Ihr seid ja eine Ausgeburt an Bündlichkeit heute. Das, 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 die fällt mir richtig gut. So, habe ich kein ganz entspannt fahren. Ich habe mich richtig beeilt. Ist das wirklich? Na, mehr als das. Ja, es ist 3 vor 7. 3 Minuten hätte ich da noch rumkrakelen können. Gut, dann können wir auch eine Party machen. Gut, 3 Minuten Party. Ja, 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 ja. Ah, da vorne ist Müll. Hat sich schon erledigt mit den 3 Minuten. Wir stehen im Stau. Der Müll hält uns ab. Aber gut, das wird wohl gelohnt. Ja, dafür waren die 3 Minuten. Der Tag hätte so schön werden können. Jetzt ist der Müll. Oh, Mann. Was für morgen geht das mal. Jetzt werde ich schon eine Stunde lang wieder Auto gefahren. Durchweg. Mich nervt Autofahren mittlerweile. In Berlin sowieso. Jetzt kommt da ein LKW. Äh, die Taube hat sich hier verirrt. Offensichtlich. Was machst du da oben? Na, schillen. Grillen und schillen. Na, du weißt, was dir jetzt blüht? Ich hab dich wieder runterbevor die hier. Voll scheiß alles. Hat bestimmt runtergeschissen, da wo du jetzt stehst. Das sind schon so komische Flecken. Das sitzt jetzt auf der anderen Seite. Die freut dich? Ja, lass die raus. Die Clash of the Titans. Vielleicht verwirrt sie sich auch mit ihrem Kampfstil. Die Taube verwirrt die Katze da drüben. Am anderen Fenster. Am anderen Küchenfest. Guckt nämlich die Katze. Deswegen können wir die Taube nicht... Nicht... Seht ihr die? Sieht man die? Weiß ich nicht. So ein bisschen da. Da so. Ha, Kopf. Deswegen können wir die halt nicht rauslassen. Die Taube. Die Taube weiß noch gar nichts. Sie ist hinter der Schamwand quasi. Verdreht sich furchtbar den Hals. Sieht ganz schlimm aus gerade. Da gibt es kein gutes Bild ab. Wenn du gleich so die Kehle opfasst... Sie müssen ja eine Stange anbringen da am Fenster. Ja. Ich bringe dir heute eine Stange an. Und denn? Ich bringe dir eine Stange an. Sie guckt die ganz... Der Michael guckt schon. Der Michael... Der Michael hat jetzt ein Opfer erspäht. Jungtaube. Frisch, knackig. Nicht versaut. Gut gepflegt und genährt von Müllers. Oh, die hole ich mir. Denkt er sich. Als würde es meiner Katze ein Stinkefinger sein. Ja, ich bringe dir heute eine Stange an. Ich bringe dir heute eine Stange an. Hier. Dann kann sie da sitzen. Kann ich jetzt mal ein Telefon haben? Nein, noch nicht. Hier. Dann können sie da sitzen. Da bringen wir eine Stange an. Für dich. Nur für dich. Und dann machen wir hier unten ein bisschen Platz. Ja, toll. Wo sollen denn meine Sachen hin? Obendrauf. Nee. So oder so. Ikawa XTA Schaltbremskombi habe ich bekommen. Kann ich jetzt mal ein Telefon haben, damit ich das machen kann? Nein. Ach so. Vielleicht doch. Ich muss kurz gucken. Bis zum Problem. Bye, holl. Ich muss kurz gucken. saving. Ich muss kurz gucken. 1 2 3 4 5 6 7 8 diese teile hier die sind ja fast die sind ja fast schon 20 euro wert 30 40 also wenn man sie braucht dann braucht man sie die eine schraube fehlt für die abdeckung ja aber ich war günstig für viel bezahlt jetzt auch toll und damit kann man jetzt wieder was aufrüsten jetzt erst mal runter und ein bisschen auf 100 prozent wir haben wir behinderten beziehungsweise taubengerecht umbauen was machst du denn da ist dein persönlicher karten jetzt hier oder soll damit werden dass sie die rosa ausgebuddelt fast ja nicht jetzt mit der anderen seite der mal ist hat recht was hat immer recht zu achim so in der gabel dünner dinger rein dünner später rein ja die sind sehr schmal hier heute das ist mir auch gerade aufgefallen ja feier klar die unterliegscheibe nur die unterliegscheibe die unterliegscheibe die unterliegscheibe die unterliegscheibe ja die steht immer noch da vorne ja 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 Vielen Dank, bitte. Viel zu viel Spannung drauf, auf den Dingern. Ja, dann nehmen wir die Spannung eben raus. Viel zu viel. Du hast ein Loch drin, mach dir mal ins mittlere Loch. Steht ja gar nicht. Muss ja nicht sein. Überspannt die Wehren für vorne. Ja, gut. Aber die sind auf jeden Fall besser. Fast komplett rausgedreht. Ja, ins mittlere Loch müssen die. Das ist so ein Quatsch, das ist überspannt. Da kann man gleich die Wurzeln ziehen. Okay. Das soll mit der Hand drehen. Okay. Das ist ja schon verliebt. Oh, hier ist Keks oder nicht? Genau. An. An. Die Kinderpedalen haben Blutopfer gefordert. Habe ich mir die Pfoten geklemmt. Kinderpedalen? Nein. Nein, ich sollte auch von dem Kinderfahrer die Pedalen abmachen. Weil sie Kinder abmachen. Ja. Ja, richtig schön die Pfoten geklemmt. Richtig schön mit Maulschlüssel und Pedale. Ja. 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 Stimmt. Genau. Dann nochmal den Schraubzieher ein bisschen einstellen und das war ja. Ja. Ja, genau. Ich werde da liegen. Ja. Und als Erfehlung mal noch den Zug. Ja. Der Zug ist eigentlich noch relativ neu. Nur da sie die Endkappe verloren hat und dadurch die Gruppe gefranzt ist. Genau. Aber ich werde ihn jetzt, wenn ich fertig bin, ein bisschen kürzen. Eine neue Endkappe aufdrücken. Dann gucke, dass das einfach fliegt. Ja, na klar. Genau. So. Ja. Ja, na klar. Ja. Ja. Ich spitz. Ja. 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 so ist es nicht gegen die kraft von der vollen fehler ziehst ist totaler schwarz und jetzt noch nicht ganz dafür ist fertig den schaltsauch habe ich noch zu einzustellen einstellen hätte ich wohl nicht mehr einstellen können so wie der aussieht keine frage also jetzt mit einstellen also schaltzug müsste so oder so getauscht werden ja genau bescheid sagen auch nicht also erstmal so raus geben anrufen bescheid sagen antrieb ist durch komplett und antrieb und schaltzug also kann sein dass morgen noch mal ins kommt noch mal gleiche also aufs zettelchen schreiben und dann wie gesagt anrufen und zettel aufhalten ja dann das nächste machbar ist alles überhaupt kein hit kann man alles machen ja hast du gerade am bremstuch gezogen ne 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 nicht wirklich gezogen nur ein bisschen verdammt also muss das sein so und das ist genau so und dann natürlich vorher immer auf null stellen abnehmen bitte das war ja mega weit draußen da müssen wir noch mal nachstellen jetzt und die hülle im bremstuch muss gemacht werden das geht nicht das ist nicht machbar das kannst du doch nicht das geht doch nicht kann man so nicht lassen der muss gemacht werden die hülle muss ja wenn man es einmal rauszieht kriegt man es nicht mehr ansagen mit dass es gebrochen ist eigentlich müsste man es machen genau zieht sich zwar geil aber jetzt noch ein bisschen spannender allerdings weil ich hab hier auf null das wäre ja in sicherheit mach ruhig zwei zettel fertig für uns dann hoch damit wir wissen wenn die kommt und eben wenn du den in der hand drückst du wirklich dass sie den haben den sollen die ruhig behalten das muss gemacht werden der muss gemacht werden zettel den können sie ruhig mitnehmen und dann schreiben wir für uns ja eh noch mal auf unseren zettel zur abrechnung schläf dich ne doch also mal einschwein ach ne ist zu knapp einfach mach ein bisschen groß viel einfach nur ein bisschen groß viel so müh ein bisschen weg darf er haben aber aber eben nicht das ist viel zu wenig da haben wir noch eine chance drehen wir den zurück das ist nicht geil machen wir noch mehr proben geil ist das nicht okay das wird auch noch zu stramm jetzt auch einfach nur noch ein Sachenchen machen weg mit dem euro ja war der plan so ja genau bei uns schreibt sie doof und ihn aber auch noch mal und gleich noch mal so vorderradzug muss getäuscht werden ja auf alle fälle auf alle fälle geil zieht der sich nämlich auch nicht schau mal an was ist denn nur los jetzt sieht sich halt geil wenn alles funktioniert ne ja aber nicht so ne ja die hat wahrscheinlich selber den Zug gemacht und hat die alte Hülle genommen hat sie gesagt oder was nö aber das ist so was ich vermuten würde weil der anderen würde ja die Hülle mitmachen und nicht nur einen Zug tauschen wieso ist denn der Zug getauscht und hat sie das gesagt ja dann sieht man doch dass der neue ist der ist doch gar nicht so total rostig da oben also ja also wirst du ja nicht ob das gemacht wurde oder nicht wenn der ja keine Spannung mehr hergibt dann diese scheiß Fehler weg so dann müssen wir mal anrufen also Bremszug vorne was getauscht werden was war der andere Schallzug hinten oder was was ja Schallzug muss eigentlich BD gemacht werden naja dann sag ihr das gleich an alle und der Antrieb definitiv weil deswegen okay einstellen geht von der Flasche alles mehr möglich Kette ist mehr als lang das alles 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 Ja Züge Züge alle und Antrieb komplett und Antrieb komplett und Antrieb alles 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 So. 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 Der hier will nicht. Ach so. Der ist gar nicht drin. Ok. Ich wollte eben da auch gerade die Klappe aufmachen, damit ich den Zug rausziehen kann. Okay. Das war ein Buhl. Ich habe den Schrauben. Ich habe den Schrauben. Sechser, ach ne schon lange nicht mehr, ach ne, das ist ja die Klemme, brauche ich gar nicht. Achso, die Scheiße ist schon raus. Ja, ist doch nicht unten. Gar nicht hier sehen. So. So, Antrieb. Ach ja. Oh, super. Warte, wieder so hinfahren. Einmal hinfahren, bitte. Okay. Unruhe, 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 unruhe. Okay. Okay. Das ist ein Pidrona. Die Pedale werden ja nicht getauscht. Die müssen auch mal in die Neue ran. Ja, ich schraub dir noch mal den Schraubstock ab. Das ist die falsche Richtung. Nein, die Richtung ging gerade gar nichts. Ah, doch. Ja, vorhin war jemand da und fragte nach alten Ritzeln, alten Ketten. Habe ich, habe ich hier. Alles mitgeheben, was ich so schnell aus dem Eimer fischen konnte. Nee, das hast du ihn selber suchen lassen. Das ist ein Künstler. Nee, das war eine Sie. Achso, dann ist es wieder was anderes. Das war regelmäßig eben so ein Künstler, der kommt regelmäßig und reift sich da alles aus. Ja, also wenn ich nicht schon so alt wäre, lagerst du auch durch. So raus. Jetzt weiter. Jetzt weiter. Eins führt andere. Zack, zack, zack. Stimmt, auf der Seite klappert es mehr als auf der anderen. Naja, die Seite ist ausgeschlagen. Ja. Die Seite klappert aus Sympathie mit. Gut. Also hier schraube ich noch die Kettenwärtsschrauben raus. Kann man noch was brauchen. Kann man immer halt brauchen. So, gut. So. Dann habe ich noch einen Antrieb inklusive Schaltauge. Ja, muss ich noch mal an. Ja, wie sich das jetzt schon anhört. Ja. Ja, das kannst du wieder reinhängen. Ja, genau. War der Plan. Ja, das rollt doch wenigstens. Wir müssen ja hier rausschrauben hier im Trittlager. Darauf ein sehr leichtes Vergnügen sein wird. Ja. 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 Das müsste der sein. Ja. Na, das ist das Problem an der Sache wieder. Und das wird wieder nie raussehen. Und den Rebschlüssel. Ich meine, da hast du ja Rebschlüssel. Und da unten eigentlich, also ganz unten müsste der eigentlich drin liegen. Da, da noch raus. Ne, 32, 36, 32, 36. Der ist ja dunkel. Ach so, dunkel, warte mal, dunkel. Wo habe ich denn dunkel gesehen? Das gleiche dunkel. War eigentlich hier, auf der Ebene immer. Ja, da haben wir es vorhin hier drin gefallen. Und da haben wir hier alles ausgeräumt. Immer so rumdrehen am Anfang. Ja. Wegen dem Schwerpunkt. Wegen dem Laufpunkt. Wegen dem Laufpunkt. Ja. Ja, das müsste doch mit dem Maulschicht liegen, oder? Ja, zieh eh eine Umdrehung. Das wird schön sein. Und dann kannst du, dann kannst du die Hände wieder einspannen. Du musst auf Augenhöhe probieren. Dann ist gleich auf der anderen Seite. So. Naja, das sollten wir mal machen, solange der Bock noch unten steht. Und so ne. Schlüsselbruch nicht. Können wir das? Das lässt so schweißen. Wie haben wir das? Oh. oh ja, gut, ok gut, dein Hut damit und das ist natürlich schön Okay. Oh, ihr seid jetzt schwieriger, jetzt zu feiern. Wow. Zu viel zum Thema, ne? Wow. Nein, doch. Ne, ne, ne. Die andere Seite brust du nicht. Die andere Seite löscht. Pipifax. Das wiegt ja nicht nur 2 Kilo. Ich denke, wenn ich da draufstehe, ist es was anderes. Das heißt, automatisch geht es freiwillig raus. Nicht ohne arbeiten. Geht einfach nicht ohne arbeiten. Verschissen. Ja, da wird auch Zeit. Ne, darfst du die Kappe auf der anderen Seite. Kannst du wahrscheinlich mit der Hand ausschauen. Oh, das Lager sieht aus, ey. Das ist bestimmt so drin. Ne. Ne. Na ja, fast. Der Rost. Nupsi, ey. Da unten ist es schön. Aber irgendwann sind sie halt auch durch und rühren sie dann so an. und dann müssen sie raus. So, das haben wir eben vorbereitet. Jetzt kannst du das noch immer und dann ab in die Jäcke bringen, lass die nächste Verbreitung. Der verträgt leider schon mal ab. Sauer, Bürsten und das wacht. Äh, also. Wurstchen. Wurstchen besser als Würstchen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Die noch nicht. Jetzt war extra eine schöne Bürste dafür. Hier. Nee, die passt doch gar nicht rein. Wenn die nämlich nicht passt, dann zur Not die, aber die ist nicht. Steht weit drin, ne? Und dann packt die noch gleich hier hin, damit sie immer griffbereit ist. Damit der nicht lange sitzen muss. Jetzt sehen wir die Winde. Ja, herr Fröhlich. Hahaha. Jetzt sind wir die Winde. Ja, herr Fröhlich. booty. Ja, herr Fröhlich. Ja, herr Fröhlich. Ja, herr Fröhlich. Ja. rauchkonservierung betreiben gleich und ab in der ecke next was mit dem ja eigentlich für 23 euro beziehungsweise 13 dennoch mal 25 für mindermenge bezahlen ist auch übel da hast du wenigstens auf der liste geschrieben für nächstes mal wir müssen das ja bei hartstie kriegen oder so da müsstest du dir zur verfügung sein ja bei bbf halt nicht 100 milliliter ja weiter sagt es sei die anderen nachfüllen in der leitung gleiche wie die gleiche ich komme da gerade nicht an den zettelrand antrieb neu schalt sei vorne ja das ist das ist aber hier ist der Scheitung funktioniert nicht Schaltung funktioniert hinten nicht. Hinten auch, ne? Jetzt hat er sich, wenn er sich jetzt erstmal in die falsche Richtung bewegt. Hinten will er nicht. Hinten will er nicht. Hinten will er nicht. Er will nur einen Antrieb, aber er will nicht hinten schalten. Interessant, was die Leute so wollen. Das ist total betrofft eigentlich. Warum will er es nicht? Ich denke, der funktioniert. Ja, wie die Schleppscheißer, halt. So funktioniert, ne? Guck mal. Ah, sehr. Gleich bei gutem Wetter. Wie kann der funktionieren? Guck dir mal das an. Mit abgebrochenem Zahn und alles. Da ist nichts viel zu löten. Hier, alles abgebrochen. Schaltröllchen, jetzt kann er ja nicht präzise schalten. Wie soll das schalten, wenn da ein Zahn fehlt? Zum Beispiel. Zahnausfall auf dem Schaltröllchen ist halt nicht so geil. Zumal das ja schon von Hause aus. Nicht mehr Präzision sieht anders aus. Kann man das machen. So ist es halt. Hinterhalb ist raus. Kassette muss runter. Abzieher. Genau. Einmal vorher einsprühen. Einmal wieder reinsprühen dann. gleich mal runter. Doch. Pädale. Kassette muss runter. Kassette. Kassette muss runter. Kassette. 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 ich habe mit meinen pedalen gerade immer probleme für die die mich belehren wollen so wunderschöne pedalen auch die packe ich hier mal hin hat sich auch aus einer halte ja alle material zusammen zusammen da war noch nie fett drauf hast du schon gelöst? ne noch nicht dann haben wir hier gleich ein problem drittlager-spiel was wollte er haben? nur 150 euro 168 mit Zug naja gut, also 150 das Ding heute drittlager nicht wechseln, tut mir leid wäre aber notwendig ja sind dann 30 euro mehr Material jetzt mal nur gerechnet weil jetzt sind wir immer bei soll man das machen, ja oder ne? frag mal, rufen wir an Handy? TV aber nicht ja 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 wie sich das anlebt hier einfach nochmal das ist jetzt nicht so einfach nur ja ja da ist nichts mehr ja da ist nichts mehr ja 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 schon klar ja 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 das ist du gar nichts mehr sieht aus wie wie eine curry-müşung schöne curry-gewürzmischung da drin das ist Klassik die könnte man zur not einsehen oder sie einfach rausschrauben aber sie einfach rausschrauben ja super dann kann ich gleich wieder das ist natürlich keine ahnung kein deutscher warum bedienen die dann immer so klischee die man sagt ja man soll die arbeit auch achten aber ich hoffe das hat er noch abholen ja ja also so ein geschäft hast du schon das war das mal hinterher noch mehr noch mal ja kommt noch was ja auf der anderen Seite auch noch mal Wahnsinn wievielfach war denn die Kogel? äh dreifach ja gut und 42 katzel das war die Althus A10 ne? ja das ist die ganze Arbeit Althus A10 da ja 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 48 können wir wahrscheinlich auf einer anderen gebrauchen da steht ja noch in einem antriebswechsel eine 40 haben wir und eine 42 haben wir dann kommen wir nicht hier ist nur eine kugelmanitur ja 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 musik so das passiert wenn das schaltauge abbricht schön alles da drin einmal antrieb wechseln 46 zähne also da wollen wir 46 zähne so was ist hier und was ist hier mit was war da war noch was bei dem ja bei dem anderen ist noch schalt zu vorne damit die montage willst du nämlich warum soll alles fließen gehen fluffy buffy läuft nur wenn er nicht irgendein dreck dann läuft das jetzt sind ja so weiter alle kommen ach dann hätte ich ja heute noch mit meinem Rad fahren können. Ne, probier doch hier, das ist alles ab, ich will es ja machen, als Rollerin jetzt nicht hier, aber das Rad kann ich nicht bestellen und will ich auch nicht bestellen, weil am Ende kommen die nämlich ja nicht, werden leider auch schon zu oft erlebt. Und selbst wenn du eine Telefonnummer hast, ja ich habe es mir anders überlegt und es klappt jetzt nicht, dann sitze ich auf den Teil, ich bin leider nicht so groß, dass ich mir das erlauben kann. War die Frau denn da? Welche? Mit der Superbestellung? Mit der Superbestellung? Na ja, die Frau mit denen, die alles haben wollte mit Namen. Ja, die hat sie doch abgeholt, deswegen hat das dann erst so viel Kohle, äh ne, vorher erst dann so viel Kohle. Das meine ich nicht, ob die Frau da war mit der Bestellung, ob ich jetzt das XT-Laufrad, Vorderrad mit der... Achso, ne, die war noch nicht da. Das hätte ich mitgekriegt. Siehste, das zum Thema. Okay, das wird dann auf alle Fälle die Spielung gebrochen. Okay, das wird dann auf alle Fälle die Spielung gebrochen. Okay, Antrieb komplett? Antrieb komplett. Na ja, und Schaltwerk. Ja, und Schaltwerk, genau. Und Schaltauge. Und Schaltwerk und Schaltauge. Und Schaltzug. Ja, logischerweise. Ja, logischerweise. Bisher ja auch alle. Ja. Ja. Nicht, dass hinterher kommt. Oh, den tauschen. Muss man auch tauschen? Ja, muss man. So. Ja, so. Den ganzen Klader hat das schon, wie er da rein gedreht. so zimmer rechen drin war nämlich da kann ich mich den köpsel wieder aufmachen ich muss erst mal sehen dass ich irgendwie diese völlig verkriegte Kette raus Kassette ab, sei gut hier ist ja alles verklemmt Schreibstück ist ja lose nimm sie mit hoch damit hinter damit raus damit wieder, oh diesmal so ein Schraubtranz hmmm einfach alles schön aufschreiben sieh mal Schraubtranz so Zug haben wir drin Schaltwerk haben wir raus was ist das für uns? acera war oder was? altos acera ja, haben wir da los Schaltauge was war das für uns? äh weiß ich nicht die eine Hälfte kriegt noch ah ist von hinten da genau die eine Hälfte hängt noch am Schaltwerk und die andere Hälfte hängt noch drin ich denke mal das dürfte dasselbe sein wie bei Uni Vega zusammenbauen und gucken ja die große Kleinteiltiste das sind Teile die ich öfter mal brauche die Einstellrädchen wenn du es öfter brauchst habe ich hier eine Kiste das ist der erste Kiste voll achso ja sind sie alle drin dann schraube ich dir jetzt erstmal das Schaltauge ab genau schrauben wir die kleinen Schraubchen wieder drin in das Schaltauge da sind die Rest vom Schaltauge ja Zug hängt dran ist neu so ja das ist genau das gleiche wie beim Uni Vega was auch nicht heißt man braucht einfach eine Bestellnummer dann kann ich es bestellen und das gucken wir nachher aber das packen wir jetzt mal halt beiseite dann müssen wir uns ein bisschen merken nachher irgendwann nochmal die Räder durch der Schraubkranz abziehen genau Schraubkranz ab ich mach das schon gar nicht mehr anders naja geht ja auch gut alle praktisch so nicht gelöst irgendwo kriege ich mit dem Schraubstock so gelöst das aber hoho ja ja ich wills ja verdienen ja ja zwar ja z jetzt ja ja kh was sehen wir und hier war fett dran ja vielleicht haben sich im momenten hier gesagt heute Morgen, du musst es hinfahren genau scheit ja ok 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 also hier ist es für mich leider nicht lösbar außer auf die altmodischen Schrockstock verstehe kein varkantisch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also die Pedale pieg nicht ab. Nee? Nee. Ich muss sie jetzt in den Schraubstock einspannen. Oh, gut, die ist ja eh hin. Pedale brauche ich auch neu. 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 Also ich weiß nicht, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin und ich bin in einer Beamer und habe Langeweile, putze ich mein Fahrrad. Und wenn ich es nur mit dem Wesen so wie jetzt abbürste. Ja, dann eigentlich bloß noch Schraubkranz, genau. Den habe ich hier nicht. Siebenfach war das? Ja. Ja. Wir schreiben Samstag, ja? Machen wir das gut. Machen wir das gut. Machen wir das gut. Machen wir das gut. Ja, die Zelle, die Zelle, die Zelle. Schaut mal, da liegt die Zelle. Machen wir das gut. Siebenfach, Schraubkreis. Was hast du denn noch viel mit mir? 70 Euro plus? Für den Trendlagerwechsel, ach nee, warte mal. Der Trendlagerwechsel sind ja schon 70 Euro. Ja genau, 70 Euro plus. BSA, BSA-Schlüssel, ich will es nicht wieder rauskriegen, deswegen plus. Ja, aber was ist mit der Kuppelradition? 150 Euro. Genau, das ist 150 Euro, nur 175er. Ja ok, dann kommen wir hin, 150 plus 70. Ja, dann nehmen wir eine Rennradraditur. Ja, Rennradraditur mit 2.5 Teppler. Jetzt müssen wir am Abend mit vorbei hätten. Ja, 2.5 Teppler. Ok. Also, ja. Rennraditur. Ja. Und das sind die Rennradzacht. Ja. Ja, das sind die Rennreite. Ja, natürlich. Und das ist die Rennreite. Allt, das sind die Rennreite. Ja. Ja, ja. Ein Landentbus eben. Ja. Zwei. 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 Ja, weil ich hab den ganzen Rest noch jetzt noch ran genietet. Achso, das wird jetzt noch nicht an. Ähm. Sollten zwei sein jetzt. Sollten jetzt zwei sein. Okay. Zwei. Also eine. So, ja. Next. So. Da brauchen wir Siebengang Schraubwürzel. Genau, schrauben wir das noch schon wieder drin, damit das wieder rollen kann. Ja, ich hab grad die Radmutter gesucht. Provisorisch? Providaktisch? Ähm. Denk ich mal, wo die sein? Acht. Gang. Siebengang. Pritzel? Siebengang? Achso. Achso, da brauchen wir noch Kittenradkarnitur. Ach komm, das ist ja jetzt gerade ab, komm. Ich bin dann mal so frei und werde das dann mal noch neu einstellen. Ne, 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 ne. Ne, warte mal. Da ist nichts mehr mehr einstellen. Auf keinen Fall. Ne, ne, ne. Einfach drinnen. Einfach drinnen. Nicht nur nachdenken. Ansagen. Junge. Hier. Mit deinem Unfall hast du deine Achse verbogen. Kettenradkarnitur. Das ist einfach 48 Zehner. Ja. 48 Zehner. Alter. Einmal. Kettenradkarnitur. 46 Zehner. Einmal. Und Kettenradkarnitur. Ist das ein anderer? Das ist ein anderer. Zack. Ne. Nein. Nein. Wir haben einen Anzug schlafen. Nein. Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Boah, mein Tag. Nein. für die killermöse die killermöse kann ja klar jetzt muss man ja ganz hinten im laden parken oder ja nervt hier furchtbar und die scheiben noch verbiegen oder und ich habe mich schon ein baut und ich auch ja Ja, definitiv die Achse. Ne, das ist definitiv die falsche Mutter, die ist zu klein. Das ist nicht meine Seite, ich habe nur die Seite aufgeschraubt. Die andere war auch drin. Ach so, war gar keine Schraube drin oder was? Nehmen wir einfach mal die hier, die auf dem Boden liegt. Kann sein, dass die hier runterkommen ist, oder? Ja. Und nicht festschrauben, sondern nur Handfest auf der Seite, weil da kein Schaltaugen drin ist. Ja. Dann kannst du da fixieren. Ja. So, wir haben raus damit. Nach vorne erstmal damit. Jetzt war ja die Killermöse. Und das kannst du mal drehen. Es rollt wieder. Kannst du drehen, vorne gucken, welche von diesen zwei gar nicht tun, die wir da vorne auf dem blauen Tisch liegen haben? Da ist was. Ja. Nein, da ist es gerade drin. Ja, ich kann das nicht. Ich muss noch mal eine Trigger weiter. und ritzel paket war ja hier acht wach der mensch und ruf acht gang ritz und schon einmal dafür dafür tritt lager hier 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das ist das von dem anderen. Ach so. Das ist das von dem anderen. Genau. Und das ist wahrscheinlich ähnlich. Genau. Aber eben guck dir mal die beiden, guck dir mal die, 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 die Kugel. Äh. Die neue. Die neue. Die Kugel ist hier. Okay. Dann findet er auf der Seite zumindest einmal frei. Eine 22er und dann hat 18er. Wunderbar. Wunderbar. Ja. 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 War ja auch vorher nur eine Plastikschale drin. Auf der Seite. Und nicht ein Sins. Die hat ja gar nicht richtig. Hat er schon mal. Ja. Ich hab auch mal gefeiert. Werchen haben wir denn hier? Nicht zufällig einen Rechen? deliberate. EVS AR. Ja, diese sind gut. Was ist wieder da? Z salud war. Ist gar nichts angekommen. Ja? Ja! bereits zu spät. arbeiten so ewig bis 22 uhr mittlerweile oder was müssen die armen da rumknechten geht aber noch relativ leicht also jetzt nicht so dass der total zerstört ist manche also nicht richtig festball haben wir erst mal auf anschlag das war nur sehen ob erlaubnis passt also kannst du richtig fest machen mit von ein wenig fett So, Kettenbeilschrauben hast du, äh Kugeln geschraubt? Ja, den kleinen alten Sechskant-Dreck wieder. Das ist auch bei der anderen, den er wirklich gibt. Das ist die Schraubtaste, deine Seite. Ja. Na gut, du würdest wahrscheinlich sagen, das ist ja noch lose, aber... Achtung! Das muss ja nicht sein! Wo steht der Kugelarm? Wunderbar! Ja, wenn schon, denn schon! Das ist immer richtig! Drehklapper! Ist ja aber klar! Ups! Jetzt rutsch ich die neuen ab, ey! Setz ruhig an! Oh! Gut! 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 nicht so pedal wieder rauf dann sind wir den satzpedalen weg das war die erste war das war nicht mehr teilen ja haben wir ein Stück runter du machst den? ja, das war gut nach vorne jetzt hat die winde getroffen noch weitermachen und dann wird morgen aber es ist alles vorbereitet alle fast alle nur noch den e-bike in der speichel und warum man nicht vorweiten die speichel ist kaputt hinterrad fertig neu eingespeichert habe es zum nachtzentrieren da ach schon ja was war mit dem nach vorne da waren wir jetzt so ja da steht noch ein kinderrad in verlegter heizhoch bringt doch mal diese rennrad single speed garnitur allerdings darum ist er diese single speeder der sattel ist ja für dich zu hoch da brauchst du sogar du eine leiter eine kleine chip e-bike e-bike sieht nur so aus look alike ebike so die sind ja noch nicht mal festgeschoben ja das lager raus ja also noch ein tritt lagern kannst du sagen ob du willst aber nach hinten ja klar du setzt doch immer beschissen an das war das war mach die so und setzt an und so so dann hast du einen geilen guck mal ich weiß nicht mach von hier ja du setzt die wickel falsch an wenn du hinten ansetzt ist ja klar du sitzt ja gegen dich selbst irgendwie und das ist viel zu aufwendig so hammer 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 naja falsche richtung ich mach experimente noch ein bisschen weg damit kappen ab ist schon billig bei mir mal weg das ist ja auch ein bisschen manchmal auch die kamera dann haben wir hier diese komischen kackalaka schrauben drin die sind wahrscheinlich auch nicht mal fest kann ich wieder wetten ja dann wird wieder handfest geschraubt weil in china von vielen kindern zu damit schraubt dennoch wird immer eingespült so klar naja ein bisschen mangel auf der seite ich bleibe damit und das sollte jetzt auch kein problem sein weil hier an dem wasser ist eigentlich alles neu das ist ein ein jahr halt maximal oder es ist sehr gut erhalten weil irgendwie der lenker sieht nämlich schon älter aus lightforce von richie schon ausgeglichen halt nicht smart da war eine unterlagsscheibe drin also wenn wir nicht nehmen wir nicht nehmen wir nicht das ist gerade so angekühlt manchmal wenn man gegen die unterlagsscheibe drückt dann drückt sich das so schwierig ja ne geht das einfach nur noch fest drauf tatsächlich nicht nicht so 15 nach etwa schmerzen jetzt kannst du aber den langen Hebel nehmen hier den Pedalschlüssel dafür das ist ja nicht mal eine Sack hier und gleich haben wir noch eine Kohlbanditur für die Seite ne alter drückt sich schwer nimm die langen Hebel das ist immer mit dem Öl das ist aber ein bisschen fetten das ist geschrieben da ist das räulige Aluminium was sich gut drauf frisst ganz billige Garnitur ist das ja ganz billig dass er die noch die Lose getreten hat na sag mal die Mitte einfach rausziehen genau weil die frisst sich da nämlich drin und dann run fine run fine naja dann run mal fein aber nicht hier so aber fein weg ja run away also hier ist einfach größer Lager raus ja ein Heidenspaß wird das da bin ich mal sehr gespannt bin ich ja selber richtig aufgeregt jetzt eigentlich weil eigentlich haben wir das mit dem Werkzeug das ist nämlich so ein ja doch haben wir klar haben wir ein Werkzeug dafür weil das funktioniert ja auch mit dem Abzieher ja mit dem BSA Schlüssel haben wo ist er denn ja ich hab keine Ahnung da ist er aber es funktioniert ja auch mit dem Markenschlüssel so ganz billig Lager so ein ganz ganz billig Lager ich finde doch mal witzig dass die Leute die so riesengroß sind 140 Kilo wiegen dass sie sich so ganz billige Lager aussuchen ja ich glaube nicht dass die 140 Kilo wiegt der hat ungefähr meine Stadt vor auf 2 Meter ist er wirklich dann ist er nicht das den ich meine da kannst du es natürlich auch verpacken kannst du es natürlich auch verpacken ne hier mit Konzentration ne andere Richtung nicht loslassen niemals den Kotter loslassen du musst immer drauf bleiben lieber neu ansetzen und Jans mit kurzen Bewegungen machen diesen sicheren Bereich eben ja ich nehme jetzt auch den sicheren Bereich das mache ich bei den Dingern sowieso lieber ja warum eigentlich die Lager wechseln ist schon durch ja ja weil wir heute nicht gewechselt haben ja das wackelt ja hat er recht hat er recht für 6,50 Euro kann man aber nicht so viel erwarten so warum ist die Möhre weg damit ich brauche mal an die gucken dann brauchen wir äh mit der Hand eingebläht so so dann brauchen wir nicht mehr viel putzen dann einfach mal immer putzen das macht so einen Spaß aufpassen dass es kein Grad dran ist hier wenn er mit dem Finger durch steht bei sowas ja bei Aluminium-Draht dann Grad Draht und Grad wie auch immer Obbauzüge und sowas das tut schwer weh ja das tut mir eigentlich weh wie sowas ich denke erstmal testen quasi und dann ein bisschen flatt hier rauf nehmt ruhig ein bisschen mehr scheißegal keine zu viel kann ich da rein halt was zu viel ist wird vom Ring mitgespült das das tut dann so kann man das auch sehen ja so ist das ne ich könnte ja auch mal ein Stück Kuchen essen dann kann man das machen ja jetzt sind sie zwar nicht mehr Fettniter dann haben wir das nämlich auch vorbereitet Sack die muss nicht mal Müll unbedingt kann man noch ein bisschen den Speed der Rückbauten nehmen Perfekt eine Transportkappe ich kann die mal ab ok so ist das hier Räder kommen mit einer Kleinigkeit und geben komplett die Macht das wäre schön wenn das dann alles bezahlt wenn das dann alt bezahlt werden würde wäre das alles super aber wenn das nicht bezahlt wird können wir das nicht alles automatisch machen so und damit trinke ich mal wieder was aus meiner aus meiner ja warte mal mit dabei kurz mal wieder im Laden ist ja auch mal interessant zwischendurch mal schnell rinnjohopzt ein bisschen was vorbereitet das muss man morgen umso weniger machen das hat dem achim bestimmt auch Spaß gemacht ein bisschen macht ja auch Spaß zu zweit schraubt geht das auch alles viel besser und schneller ja vor allen Dingen ergänzen uns halt ganz gut naja das ist eben gut so hat einfach zack 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 und dann läuft das auch die ist alles schon vorbereitet das war 1 2 3 4 Räder vorbereitet die morgen auch fertig werden definitiv weil da ist ja eine schmerz mal das nur zusammenbauen plug and play und dann ist teile ran und fertig das einzig wie bastelt wird das hier bei den kettenblatt schrauben von dem her weil die ein bisschen gekürzt werden müssen weil da hat nur ein kettenblatt dann drauf ist ja wird das halt gemacht und fertig und fertig damit verabschiede ich mich wir sehen uns morgen wieder macht ihr Glück bis dann Ciao